Heute geht es um das ECMAScript 2020. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um ECMAScript 2020 oder die neue JavaScript-Version. Das heißt, wir werden uns heute drei Funktionen angucken aus dem neuen JavaScript, was im Laufe dieses Jahres kommen wird. Warum sage ich kommen wird? Alles, was wir heute machen werden, ist theoretisch und wird noch nicht funktionieren. Es gibt selbst, ich glaube, Babel unterstützt es noch nicht mal, das Ganze zu compilen. Was heißt, alles, was wir heute machen, funktioniert halt noch nicht. Aber es ist ganz interessant zu wissen, was kommt. Wann es genau kommt, weiß ich nicht. Konnte ich leider nicht genau rausfinden. Falls jemand von euch das weiß, schreibt das doch mal unten in die Videokommentare. Ansonsten gucken wir uns jetzt mal diese drei Funktionen an, die ich persönlich wirklich cool finde. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, wie immer unten in der Videobeschreibung einen Link zu Discord. Da könnt ihr Hallo sagen, mit Gleichgesinnten reden, Fragen beantworten, Fragen stellen. Und ansonsten verlieren wir keine Zeit und legen direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So los geht's mit dem heutigen YouTube-Video. Wir gucken uns heute einige Funktionen in JavaScript 2020 an. Und das Erste, was hier kommt, ist der sogenannte Optional-Shaining-Operator. Was heißt, ich kopiere mir das mal eben hier rein. Wir haben hier jetzt eine neue Sektion. Und viele von euch kennen das. Wir haben eine Variable, beispielsweise Marke. Diese Marke ist definiert durch Typ. Und in Typ ist eine weitere Geschichte, zum Beispiel VW. Was heißt, wir haben hier jetzt wunderbar eine Variable definiert und wir möchten jetzt in Zukunft gerne weiter definieren. Beispielsweise kriegen wir dieses Objekt durch eine Datenbankabfrage oder so etwas Ähnliches und wollen jetzt das Auto definieren. Was heißt, wir sagen eine neue Variable, die nennen wir Auto. Und die definieren wir jetzt oder wollen wir definieren. Beispielsweise gleich Marke.Typ.Type.Name. So, das wird jetzt funktionieren. Was heißt, wir kriegen hier 100%ig Auto jetzt ausgegeben mit VW. Wenn allerdings beispielsweise das hier noch undefined ist, dann würden wir hier unten einen Fehler ausgegeben bekommen. Candidate.Typ.Typ.Typ.Typ.Name. Weil wir im Prinzip ja nicht wissen, was die Variable ist. Was heißt, unser Programm würde abstürzen. Und genau hier kommt der Optional-Shaining-Operator ins Spiel. Und wir können jetzt nämlich einfach sagen Marke.Type.Typ.Name. Was heißt, wir definieren hier oder fragen hiermit ab, ist Typ definiert. Also haben wir hier eine Definition, dann definiere Auto, ansonsten nicht. Was heißt, wir sparen uns damit einfach eine Abfrage. Der eine oder andere wird diese Syntax aus Angular schon kennen. Dort kann man das schon seit einiger Zeit in den HTML-Templates schon machen. Was heißt, dort kann man definieren, hey, ist ein Array definiert? Haben wir eine Länge? Beim Array beispielsweise ist das Objekt definiert? Damit hat das Objekt die Attribute bzw. die Key-Elements usw. Was heißt, damit können wir uns Arbeit ersparen. Wir können aber noch viel mehr machen. Was heißt, wenn wir beispielsweise, wir haben hier Auto. Und Auto soll beispielsweise aus einem Array definiert werden. Was heißt, wir brauchen ein Array. Dieser Array ist jetzt Automarken gleich. Und haben hier zum Beispiel VW, BMW. Zack. BMW. So. Und wir wollen jetzt Auto aus diesem Array definieren. Dann können wir sagen, Automarken? Fragezeichen. Punkt. Auf beispielsweise 1. Was heißt, wir wollen, dass das BMW wird. Können das so abspeichern. Und er würde das nur definieren, wenn Automarken definiert das. Was heißt, wenn hier undefined stehen würde, dann würde das kein Fehler hervorrufen. Und so kann man im Prinzip einfach alles viel sauberer schreiben und sich diese ganzen Kontrollprüfungen quasi einfach sparen. Weil man das hiermit machen kann. Was heißt, der Optional Chaining Operator ist definitiv eins meiner absoluten Highlights, weil es so viel Arbeit erspart. So, die zweite richtig coole neue Funktion ist der sogenannte Knowledge Coalescing Operator. Ich glaube nicht, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist wirklich gering. Aber was macht der? Grundsätzlich gibt es immer wieder die Möglichkeit oder den Fall, dass ihr überprüfen wollt, ob ein Wert gesetzt ist oder nicht und gegebenenfalls eine Alternative abspeichern wollt. Das heißt, ihr überprüft beispielsweise über eine Datenbank, Frage, ob etwas stimmt. Wenn da kein Nichts zurückkommt oder so, dann setzt ihr eine Alternative. Das Ganze wird hauptsächlich aktuell über den sogenannten Oder-Operator beziehungsweise die Oder-Verknüpfung gemacht. Das wäre sowas wie Kunst Auto gleich Marke Punkt Typ oder zum Beispiel Name VW. Das heißt, wir sagen, jetzt ist Marke Typ definiert. Wenn nicht, dann definiere bitte Auto als dieses Objekt hier. Das Ganze funktioniert auch theoretisch. Allerdings gibt es ein Problem und zwar der Nachteil ist, sofern der Wert Null ist, also sofern beispielsweise das hier Null ist, False ist oder einfach ein Leer String, was heißt, wenn hier beispielsweise einfach sowas drinstehen würde, dann wird es immer nie definiert. Was heißt, das hier wäre immer undefined und das ist nicht wirklich gut. Was heißt das? Das will man nicht. Das ist, ja, das nervt. Und deswegen sagen wir ja, oder können wir jetzt sagen, Marke Punkt Typ, können hier beispielsweise auch unseren Operatornutzern, die wir gerade kennengelernt haben, sagen Punkt Name, was heißt, ist dort drin Name definiert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann setze uns nicht Name VW, sondern setze uns direkt VW. Und so können wir das im Prinzip direkt definieren. Was heißt, so ist es einfach viel leserlicher abzufragen, okay, gibt es diesen Operator? Und egal, ob hier beispielsweise Null zurückkommt, ob hier undefined zurückkommt, ob hier ein Wert zurückkommt, es gibt keine Sonderfälle durch unerwartetes Verhalten und er wird einfach immer VW abspeichern. Deswegen ist es einfach viel angenehmer, diese Schreibweise zu nutzen. Ich freue mich sehr, sobald sie einsetzbar ist, das Ganze schon ziemlich cool und ziemlich, ziemlich praktisch. So eine der häufigsten Funktionen, die ich persönlich in JavaScript nutze, vor allem in Angular und auch in anderen Projekten, ist, ja, Objekte zu Errays zu speichern und umgedreht. Das heißt, wenn ihr beispielsweise, ihr habt ein Objekt, das definieren wir uns mal eben, ist zum Beispiel Object gleich, zack, hier sagen wir Foo und Something und hier unten sagen wir Bar und hier sagen wir mal 2. So, wir haben ein Objekt, das ist wie gesagt in JavaScript ja absolut das Standardverhalten, sage ich mal. und wir haben ja relativ oft den Fall, dass wir beispielsweise mit einer Schleife, zum Beispiel vor, hier dann let i gleich, oder, nee, gar nicht, sagen wir, ups, key, value of object .entries und dann hier das Object und das definieren wir uns jetzt zu, geben das hier aus und können jetzt hier sagen console.log und sagen hier einfach nur, wir wollen jetzt hier definieren den Key und zusätzlich wollen wir hier definieren unser Value. Was heißt, ihr seht hier schon, unsere Funktionen würden uns jetzt einfach ein, also loggen einmal Foo Something und Bar irgendwas. Was heißt, wir loggen durch unseren Objekt durch, das ist wie gesagt, mache ich fast in jedem Projekt, also das ist wirklich eine der gängigsten Praxisen, weil man weiß ja teilweise nie, was genau in einem Objekt, beispielsweise an Metadaten zurückkommt oder so und dann möchte ich ja alle ausgeben und nicht gezielt nur zwei oder sowas. Deswegen ist das hier eigentlich eine ziemlich gängige Praxis und es kommt jetzt eine neue Funktion, nämlich vom Entries und das Ganze ist ziemlich cool. Was heißt, wir haben jetzt beispielsweise ein Array. Was heißt, wir sagen jetzt, okay, wir haben hier Entries Entries und sagen New Map. Was heißt, wir haben einfach eine Map. Hier drin haben wir jetzt beispielsweise eine Array, das nennen wir jetzt hier Foo und Komma Bar. Hier ist natürlich kein Anführer, also Doppelpunkt dazwischen und hier unten haben wir jetzt, keine Ahnung, noch irgendwas und Komma 2. So, das heißt, wir haben jetzt einfach so eine kleine Map generiert, also einfach einen Datensatz, den wir auch sehr häufig haben in JavaScript. Was heißt, das ist genauso häufig und wir haben jetzt die Möglichkeit, das Ganze uns direkt als Objekt zu definieren. Was heißt, wir können so etwas machen wie const object gleich object.prototype. Und dann können wir nämlich die neuen Funktionen nutzen from Entries. So, und hier definieren wir uns jetzt einfach nur Entries und er gibt mir jetzt hier Fehlermeldungen aus, weil es nicht existiert. Diese Funktion ist einfach noch nicht integriert, der kann es noch nicht kennen. Und theoretisch würde es später, wenn wir uns das jetzt ausgeben würden, das heißt, wenn wir uns hier console.log ausgeben mit object, dann würde jetzt theoretisch so etwas zurückkommen, ein Objekt mit foo, Doppelpunkt und dann hier asd, asd, Komma und hier bar, Doppelpunkt 2. Das heißt, wir würden uns im Prinzip diese Map ganz einfach zu einem Objekt erstellen. Das heißt, wir können jetzt endlich diese ganze Geschichte mit beispielsweise Punkt Entries einfach reversen und daraus uns wieder eine Map beziehungsweise ein Array erstellen. Und das Ganze finde ich ziemlich praktisch. Ist eine kleine, hilfreiche Funktion, jetzt nicht die Welt. Also es revolutioniert jetzt nicht JavaScript, aber es ist schon eine kleine, nette, hilfreiche Funktion. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, wie immer hinterlasst einen Daumen hoch, einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr selbst noch Funktionen habt, schreibt sie doch mal in die Videokommentare. Ansonsten, ja, wenn ihr diese Share unterstützen wollt, findet ihr dort einen Abo-Button. Ihr findet dort Affiliate-Links, wo ihr Hallo sagen könnt oder einfach auf Discord oder Twitter Fragen stellen. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.